Was gibt Freunde? Ich habe heute im Streamer wieder ein neues 6 von 6 Game gespielt und zwar ist es Game Cycle. In dem Game geht es darum, dass wir in einem Haus eingesperrt sind und versuchen müssen zu entkommen. Dabei haben wir sehr, sehr schreckliche Geheimnisse aufgedeckt. Ich will nicht zu viel spoilern, lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein Abo da. Sehr, sehr wichtig kommt auf Twitch die Streams, um an dem Chat teilzunehmen. Viel Spaß mit dem Video! Okay, Chat. 6-1-6 Game. AHHHHH! Uh, habe ich Lust auf 6-1-6. Kein Intro? Kein Intro? Jo, jedes 6 von 6 Game hat eine Intro Chat. Warum kein... Jetzt sind meine Schritte zu laut? Warum sind meine Schritte so laut? Wer schreit hier? Ich muss ein bisschen leiser machen. Hört ihr das? Ist es mein Atmen? Hallo? Jo, wurden wir gekidnappt oder so? Wir sitzen auf irgendeinem Stuhl in irgendeinem Raum, wo wir fliegen sind. Hallo? Abgesperrt, ne? Warum erinnert mich die Musik an Insidious? Hallo? Ist hier jemand? Lass mich flüchten! Lass mich hier raus! Und wir sind offiziell eingesperrt. Hört ihr das? Hey! Das ist scheinbar ein Zimmer. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Die Tür klemmt ein bisschen! Machen Sie ruhig die Tür auf! Hey! Machen Sie... Chip, wo leider... Wo leider sind wir hier? Kerzen? Ist das irgendwie so ein Ritualshit oder was? Was? Okay, wir sind offiziell eingesperrt, Chef. Wir sind scheinbar vor Rie gekidnappt. Jo, was sind das für Töne? Kann mir das einer sagen? Auch abgesperrt! Okay! Was denkt ihr aus meiner Aufgabe? Uh! Essiggurken! Chip, wer mag Essiggurken? Ich hasse Essiggurken! Um ehrlich zu entscheiden, ich habe in meinem Leben auch noch nie Essiggurken gegessen! Okay! Ich weiß nicht, was meine Aufgabe ist, Chef! Wir haben jeden Raum abgecheckt und wir können nichts machen! Warte mal, hört ihr das? Hallo? Ich habe zu 100% die Tür offen gelassen. Chat, ich habe zu 100% diese Tür hier hinten offen... Habt ihr... Hey, geht's Ihnen gut? Weg hier! Weg hier! Chat, irgendjemand muss... Irgendjemand muss mir helfen. Wir sind hier eingesperrt. Ich kann nicht mal... Chat, wer findet auch, dass so Kronleuchte immer creepy aussehen? Hallo? Jo, ich komme hier! Hallo? Habe ich mir das gerade eingebildet oder stand da gerade jemand? Habe ich mir das gerade eingebildet oder stand da gerade vor wie... Warte mal eins in Chip, wenn da einer war, wer hat es auch gesehen? Warte mal, da war einer! Zu 100% stand da einer! Hey! HAAAHH! Schuss! Schuss! Wir gehen da vielleicht doch lieber nicht hin... Ja, lieber es wäre vielleicht doch nicht dahin gehen... Ähm... Hilfe! Hilfe! Hey, hey, Hilfe! Hallo? Kann mich jemand hören? Weil ich bräuchte Hilfe! O-Sevenson-Chef für mich, das war's. G-G-Chef ist ein Offizier tot. G-G-Chef ist ein Offizier tot. Soll ich da hingehen? Da ist alles... Oh, nichts passiert. J-WO! Oh Mann! Yo, das Game, Chat, das sind Game, die kann ich nicht. Sollte Game kann ich nicht. Sollte Game kann ich nicht. Sowas pack ich nicht. Sowas kann ich nicht, Chat. Sowas kann ich for real nicht. Yo, wir wachen wieder in dem Raum mit dem verdammten Stuhl auf. Das ist dasselbe Zimmer, haben wir das nur geträumt? Chat, sind wir in der Endlosschleife? Was ist hier los? Jo, die Töne da drin werden immer schlimmer, ich mein's ernst Hey Wer auch immer da drin ist, ich kann ihnen helfen Sie müssen nur aufsperren Sie haben die Warte mal, das hört sich von Rhee gar nicht gut an, Chat Ich mein's ernst Das hört sich von Rhee gar nicht gut an Ähm, und wir sind offiziell vom Kakerlaken Hallo? Klopfen, wenn ich sie in Ruhe lassen soll? Also soll ich ihnen helfen? Okay Warum haben wir hier so Kakerlaken, Chat? Jo, ich check gar nichts mehr Check jemand von... Ähm, ich hab grad noch gesagt, dass Kohlleuchter gruselig sind, Chat Äh, GG, das war's Jo, auf einmal leuchten... Jo, hier sind Kerzen auf einmal Denkt ihr, wir können die... Tür aufmachen Hallo? Oh, ein Baby, wie süß Ich hab ein Babybett Da ist zu 100% gerade jemand langgegangen... Ich könnt schwören, dass ich wieder einen Schatten langgehen sehe, Chat Ich könnt schwören, ich hab wieder einen Schatten langgehen sehen Ich bin mir aber nicht sicher Wer hat's auch gesehen? Jo, wer soll das lesen? Oh Oh, John Robbick taucht in jedem 616-Game auf Ähm 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 Ähm, ich erklär ihm dazu, dass er wieder teilnehmen kann an seinem normalen Leben Er muss allerdings folgende Medikamente nehmen In einer wöchentlichen Reihenfolge Der Patient wurde vor 2 Jahren mit einer doppelten Persönlichkeit diagnostiziert Eine davon ist sehr aggressiv und, äh, äh, gewaltsam Nachdem er folgende Medikamente nimmt Hat der Patient gezeigt Dass er sich ein bisschen mehr kontrollieren kann Also bin ich der Meinung Dass der Patient in der Lage ist, wieder nach Hause zu gehen Okay, passt doch Okay Chat, bis jetzt ist das Game noch in Ordnung Noch nicht so viele Jumpscares Hey, wer weint da? Ist das ein Baby? Das kommt aus der Wand von hier Hm Da ist aber nichts dahinter Chat, soll ich wieder in mein Zimmer zurückgehen? Ich glaube, ja Mir egal, wer da lacht Hallo? Jo, ist jetzt so blöd, um ein verdammtes Feuerzeug anzumachen, du Vollidion Oh-oh-oh Alles-oh Vielen rough Lass, los, los Hinter mir Hinter mir Hilfe, Hilfe Hinter mir Hinter mir Komm an Zimmer Komm an Zimmer Wo-oh-oh-oh Da stand einer Da stand einer Hast du meine Tage? Das ist eine Pistole. Sollen wir die mitnehmen? Chat, das Game is crazy for me, ich kann nicht weiterspielen. Einzel-Chif, wenn ich weiterspielen soll, zwei-Chif, wenn ich aufhören soll. Warte mal, ich finde es gerade for me. Ich finde es gerade for me gruselig. Nicht so, irgendein Tiptoe-Song. Ich kann die Pistole nicht nehmen, Chat. Wie duckt man sich? Chat, weiß einer. Ich kann mich nicht ducken. Okay, wir können die Pistole nicht aufheben. Ich habe meine Beine verloren. Ich glaube, ich kann aufmachen diesmal. Hallo? Hallo? Ich habe doch die ganze Zeit einer geschrien. Wo ist der hin? Chat, hier hat die ganze Zeit einer geschrien. Jetzt ist hier keiner. Eddie, kannst du noch kurz, danke dir, Eddie. Hast du schon gemacht? Louis Gamer mit dem verdammten Gifted Sub an die Community. Louis Gamer mit dem Gifted Sub an die Community. W sind Chat für Louis Gamer. Deine für den Gifted Sub. W sind Chat. Oh, ist das das Zimmer von John Rubrik? Das Bett hat ein paar Mal gefurzt, Chat. Okay, das sind die Tabletten. Okay, wir lesen uns ein Tagebuch durch. Oh nein, von seiner Frau Mia wahrscheinlich. Ich bin so glücklich, dass ich heute den Schwangerschaftstest genommen habe. Oh ja. Oh nein. Ich habe den Schwangerschaftstest gemacht. Und ich bin endlich schwanger. Nach so lange Zeit, wo ich Medikament, wo John Medikamente genommen hat, haben wir endlich ein Baby. Yay. Ich habe es ihm bis jetzt schon nicht gesagt. Ich möchte ihn überraschen. Ich habe Angst vor seiner Reaktion. Er macht langsam Fortschritte in seiner Behandlung. Aber manchmal hat er noch ein paar Rückschläge. Und warum ist die Musik... Chat, ich habe vorhin Angst. Okay. Jo, was ist das für... Das kommt von... Irgendjemand ist drauf. Hallo? Geht's Ihnen gut? Das ist bestimmt nur Wandfarbe, Chat. Wer möchte nicht seinen Raum rot streichen? Da sieht alles gut aus. Da passt alles. Okay. Was hat er gerade geflackert? Jo, Chat, das Game macht mich. Kann ich irgendwie abholen vielleicht? Jo, wer macht sich hier einen Spaß, hä? Geht wieder nicht. Hm. Telefon. Können wir die Polizei rufen? Ruf die Polizei! Jeff, was denn ist meine Aufgabe? Was denn ist meine Aufgabe? Irgendwas hier drin, glaube ich. Hallo? Heute das raus ist, meine Stimme! Oh, die Stimme, Ben! John Ruprich hat das Baby aus seiner Frau rausgeschnitten... John Ruprich hat das Baby aus dem Bauch von seiner Frau rausgeschnitten. Okay, Chat, wo sollen wir hingehen? Hallo? Sollen wir hier rein? John! Warte mal, durchleben wir gerade... Warte mal, eins im Chat, wenn wir gerade John Ruprich aus einer dritten Perspektive das Leben von John Ruprich, wie es sich hier entwickelt hat, erleben. Versteht ihr, was ich meine? Am Anfang war alles gut und es wird immer schlimmer. Und jetzt gerade... Oh nein. Oh nein, 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 nein. Da gehe ich nicht raus. Da gehe ich ja nicht raus. Alter, da gehe ich nicht raus, Chat. Alter, da könnt ihr mir 100 Millionen anbieten, ich gehe nicht raus. Auf gar keinen Fall. Sind die gar keine Laken? Oh nein, da sind noch mehr Käfer als davor. Oh nein, da sind noch mehr Käfer als davor. Jo, wach. Hallo? Hurra! Hey! Welcher Vollidio doch immer da drin ist, hä? Hörst du mich? Welcher Vollidio doch immer da drin ist, hä? Du traust dich nicht mit mir anzulegen, hä? Die ganze Zeit schläfst du gegen die Tür, hä? Weil du Angst vor mir hast. Sieh den Chat, der hat einfach Angst vor mir. Er traut sich nicht rauszukommen und wartet die ganze Zeit hinter der Tür und schlägt dagegen, weil er Angst hat, sich mir gegenüberzustellen, Chat. Ich meine, ich verstehe es, bei der breite Chat, ich würde auch Angst haben vor mir. So, hallo, was ist? Nichts. Chip, was ist ein Loser? Der Typ traut sich nicht rauszukommen. Hallo? Okay, was würde uns da jetzt erwarten? Was würde uns da jetzt erwarten? Nichts. Hallo? Hallo? Wer weiß hier? Hallo? Wer weiß hier? Das kommt von da drinnen. Hey, lass mich! Kleiner, lass mich! Das war ein Kind, hab ich... Hallo? Das war ein Kind, hab ich recht, Chat? War das ein Kind? Soll ich wieder zurück? Hallo? Lass mich einfach schlafen, lass mich zurück in mein Zimmer, wir legen uns ein. Hallo? Genau. Und wir können uns nicht schlafen, ey. Yo, das hört sich, was immer da drin abgeht, Chat, das hört sich gar nicht gut an. Chat, ratet mal im Chat, was gerade da drin passiert. Was denkt ihr passiert gerade in diesem Zimmer? Ich will's eigentlich gar nicht wissen. Yo, lass mich doch rein, du Fallidiot! Hör auf zu weinen! Oh, wir sind hier. Hier, dieser... Oh, warte mal, es wird hier lauter. Oh, warte mal, es wird hier... Wollen wir uns aufgehört? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jett Escape. Nein. Nein, 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 nein. Hä? Joa, wo ist euch die Globwehr hin? Hier liegt ne Glob. Wo ist die hin? Denkt ihr, wir können jetzt in dieses Bad oder was auch immer das war reingehen? Oh, na, irgendwas ist rechts um die. Oh, doch nicht. Alles easy. Hallo? Joa, was ist das für ein Game? Joa, ich dachte, wir können jetzt hier rein. Soll ich wieder in den Gang hier vorgehen? Hallo? Oh, wahrscheinlich war hier die Leute ne Kerze. Ich glaube, wir sollen hier wieder rein. Wir sollen wieder... Bitte, ruft doch wen an oder so. Hallo? Hä? Hier war doch ein Jo... Oh, ein Zettel. Ähm... Vor zwei Monaten ist John aus dem Krankenhaus gekommen. Wir sind sehr, sehr glücklich mit Alice's... Oh, Alice ist schon geboren, Chad. Chad, wer würde sein Kind Alice nennen? Chad, schreibt mal in Chad, wie ihr euer Kind nennen würdet. Ähm... Ich hab... Ich bin ein bisschen besorgt, weil... Manchmal hat der immer noch Ausraster. Und immer wenn das passiert, sperre ich mich in den Badezimmer ein. Das war seine Frau? Das war seine Frau? Die wir da gesehen haben? Das war... Okay. Ich sag nichts dazu. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Hab ich recht? Dann gehen wir wieder... Zurück. Oh, die Tür offen geht. Ja, aber wie soll ich reingehen? Denkt ihr, das ist das Telefon beim Eingang? Ich glaube, ja. Chad, die Töne sind nicht so ganz... Ja, das ist das Telefon beim Eingang. Jo, die Töne sind nicht... Das ist... Krasse Krabbel. Krasse Krabbel. Und geht keiner ran. Hey, wollen Sie was bestellen oder nicht? Volltorte. Wo denkt ihr, muss ich hin? Denkt ihr vielleicht in das Zimmer jetzt wieder? Hallo, Pizza-Boot? Jo, was? Wer hat angerufen, Chad? Wer war das von euch, hä? Ha, ha, ha. Jetzt den Klingelstreich machen. Ganz witzig. Ganz witzig, Chad. Hier will er rein oder so? Chad, in dem Game passiert irgendwie nichts mehr. Soll ich mich vielleicht auch einsperren? Weil ich glaube, ich muss das durchleben. Okay, jetzt kommt ein Jumpscan nicht erschrecken. Es wird ein Jumpscan. Also, es muss jetzt ein Jump... Ich bin beim Fenster? Wo? Chip, beim Fenster ist keiner. Hör auf zu weinen. Chip, warum sagt keiner, dass ich nicht zum Fenster gehen soll? Warum... Hallo? Hey, wer weint hier? Hallo? Haben die einen Hund? Wer atmet hier? Soll lieber um das Zimmer gehen, ich will ihn nicht. Hey, geht's Ihnen gut? Hey, kann ich Ihnen helfen? Hallo? Hallo? Seht ihr, wie viel Blut da am Boden ist? Seht ihr, wie viel Blut da am Boden ist? Ich komm... Aaaaaaahhh! Was ein Loser? Was ein absoluter Loser! So, ich komm nicht raus, Hilfe! Niemand ist zurück! Äh, steigt es? Es wird immer schlimmer! Irgendwas ist... Warte, da läuft Blut an der Wand runter! An der Wand läuft Blut! Hilfe! Da ist jemand, da muss jemand! Soll ich wieder ins Zimmer hintergehen, wo der Typ mich gerade angeschaut hat? Er ist weg! Das Baby! Wie süß! Wie sollen wir ihn nennen? Warum ist die Tür auf einmal zu? Jo, wer hat die... Was geht ab in diesem Haus? Was geht ab in dem Haus? Oh, alles ist wieder normal! Denkt ihr es war nun ein Traum? Jo, es ist irgendwie ein Traum, ein Traum, ein Traum! Ist es irgendwie heftiger als Inception, das Game? Hey! Ich hab keine Angst mehr vor dir! Komm raus! Ich hab keine Angst mehr! Du kannst mir keine Angst sein, Jörgen! Vielleicht hat es... Ich dachte, es klappt schon! Ich dachte, es könnte klappen! Können wir vielleicht einfach abhauen? Ich dummere! Natürlich nicht! Es ist ein Horror-Game! Natürlich ist jede Tür offen! Außer die Eingangstür bzw. Ausgangstür! Hallo? Hey! Wollen wir uns auf einmal alles leise? Soll ich mir das wieder durchlesen? Nein! Das ist dasselbe davor! Warte mal! Warte mal! Chilli ist nichts! Wieder rausgehen? Hier hat er seine Familie umgebracht, Chad! Hier hat er seine Familie umgebracht! Mir und Alice haben sich hier eingesperrt! Hier hat er seine verdammte Familie umgebracht, Chad! Hier hat er sie umgebracht! Yo! L! John! L! John! Warum geht das Licht nicht mehr an? Hallo? Irgendwas ist hinter mir! Soll ich hier wieder reingehen? Nein! Hey! John! Ich hab... Keine Angst! Jo! Soll ich hier irgendwas machen in dem Zimmer? Hier ist ein Fenster! Warte mal! Das einzige Fenster in diesem gesamten... Oh nein! Warte mal! Hier sind viel mehr Fenster! Chip! Was soll ich? Hey! Irgendwie ist hier nichts! Wieder zurückgehen? Hey! Wir können reden! Hey! Englisch oder Spanisch? Jon ist gay! 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 Let'sgo! Bro hat sich zuerst bewegt War's das? Sind wir tot? Warte mal sind wir das Monster... Warte mal, ihr wollt mir gerade sagen, wir sind das... Entweder sind wir gerade das Monster geworden oder wir haben aus der Sicht seiner zweiten Persönlichkeit gespielt. Weil er hat uns aufgefressen. Warte mal, wir sind das Monster geworden, habe ich recht? It's unfortunate, the world we live in. People who don't value life. Today I bring terrible news. A man had a psychotic break and stabbed his wife to death. He took the fetus out of her belly and put it in the crib. She was three months pregnant. The man suffered from split personality and had been released from the psychiatric hospital a few months ago. How bad can human be?